hallo minecraft freunde wieder eine folge von minecraft mods installieren leicht gemacht ja ich weiß ihr wartet auf eure briefe die werden auch wieder kommen aber zunächst war es mir wichtig dass ich auf den vielfachen wunsch eingehe nämlich zu zeigen wie man mods auf einfache weise installiert so das vorletzte mal hatte ich ja den feed the beast launcher gezeigt das letzte mal der technik launcher heute ist kraften terminal dran das nächste mal der at launcher gut kraften terminal wo bekommen wir das auf dieser seite auf kraften de slash terminal den link schreibe ich noch in die video beschreibung so hier klickt ihr einfach nur auf kraften terminal herunterladen dann öffnet sich das download fenster und ihr könnt dann den entsprechenden ordner raus suchen wo ihr das hinhaben wollt ich empfehle euch packt es auf den desktop dort findet ihr es definitiv wieder und wenn ihr das dann getan habt ich mache das jetzt nicht weil ich habe hier das ganze schon minimieren wir das dann starten wir das mal also wenn ihr es runtergeladen habt einfach starten dann installiert sich das vollautomatisch so da haben wir dann dieses hier also erstmal hier die werbung und alles von werbung wird das auch alles hier finanziert von irgendwas muss das ja bezahlt werden denn für euch ist es kostenlos das kostet euch also nichts dieses terminal gut schauen wir mal weiter hier haben wir das forum da empfehle ich schaut auch ruhig mal rein da stehen auch oft interessante sachen sehr nützliche sachen einfach mal reinschauen gut dann haben wir hier backups backups könnt ihr machen von minecraft mods und einstellungen oder einfach nur minecraft falls ihr noch keine mods installiert habt und wollt dass das gesichert ist für den fall dass irgendwie probleme mit mods gibt oder so das ist eigentlich beim kosten terminal eher selten aber man weiß ja nie kann man sich ein backup erstellen auch von den welten und auch von den texture packs und resource packs gut mache ich jetzt nicht weil habe ich schon gut wenn ihr das backup wieder herstellen wollte weil irgendwas gerade nicht funktioniert und ihr nicht lange minecraft neu installieren wollte oder was auch immer dann hier auf backup auswählen dann geht ihr in den entsprechenden ordnung wo ihr euer backup zuvor hin gespeichert habt wird das aus und aktiviert das wieder und schon läuft die ganze geschichte wieder gut dann haben wir hier noch ein chat dort könnt ihr dann mit anderen chatten die meisten nutzen eher die short box hier rechts da schreiben sie dann hier unten rein hier habt ihr dann drei unterschiedliche chat möglichkeiten dann habt ihr hier noch könnt ihr noch einen bestimmten channel betreten da müsst ihr dann eingeben welchen channel ihr da haben wollt dann könnt ihr hier nick namen könnt euren namen ändern oder auch euren namen sichern was ich schon getan habe daher brauche ich das nicht mehr machen so dann haben wir hier server liste normalerweise ist hier was drin ich weiß nicht warum das nicht angezeigt also seit einigen tagen wird das nicht mehr angezeigt ich denke mal das werden die wieder in ordnung bringen gut kommen wir zu den mods warum es hier eigentlich hauptsächlich geht da haben wir hier links haben wir die ganzen minecraft versionen die wir brauchen so da können wir hier auch die snapshots anzeigen das heißt da wird die liste deutlich länger allerdings zu den snapshots gibt es in der regel keine keine mods gut machen die snapshots wieder aus dann haben wir die möglichkeit weil nicht zu jeder minecraft version gibt es mods moment ich will mal gerade hier so ein bisschen durchschauen irgendwo moment irgendwo gibt es eine version da die 144 zum beispiel da gibt es keine mod und ich meine hier oben die haben auch keine mods genau die neueren minecraft version gut hier mal mit mods dann können wir aber auch hier häkchen reinsetzen dann werden uns nur die minecraft versionen angezeigt wo es auch mods zugibt zumindest auf dem koffen terminal zack 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 hier habt ihr überall und dann hier sieht rechts da das sind die ganzen mods gut wir nehmen die 1 8 und bevor ich das mache zeige ich euch erstmal dass ich tatsächlich keine mods drin habe ich habe minecraft extra komplett neu installiert dass es völlig unbelastet ist dass ihr seht da ist nichts so einzelspieler tutorial so da ist nichts ja also auch not enough items was ich normalerweise drin habe ist nicht drin keine mini map kein gar nichts gut dann installieren wir mal mods so machen wir inventory tweaks genau fügen wir das hinzu machen wir not enough items da haben wir schon und ihr seht wenn ihr jetzt hier unten schaut das sind die mods die installiert werden das sind unsere gewährten mods und da wird automatisch mit hinzugefügt weil es für inventory tweaks benötigt wird das heißt wenn ich jetzt fort raus nehme dann zeigt es uns eine fehlermeldung weil es wird für inventory tweaks benötigt aber passt mal auf wenn ich jetzt not enough items installiere was da passiert zack fort wird wieder hinzugefügt und code chicken core bei der auch benötigt wird sodann was kann man noch machen hier boxe map genau machen wir boxe map manchmal auch noch mit rein gut das reicht erst mal würde ich sagen ja dann version ändern gehen wir rein so da zeigt es uns erst mal an welche mods wir installiert haben wir können die einzelnen auch anklicken da wird uns da ein bisschen drüber gezeigt und wir können auch wieder zurückgehen und dann okay gut jetzt ist das irgendwie weg eigentlich sollte uns das weiter angezeigt werden egal ja nicht schlimm auf jeden fall seht ihr dann welche mods installiert wurden noch mal nachträglich gut wir wollen aber das jetzt wir wollen jetzt erst mal in game wollen schauen ob unsere mods funktionieren in der regel funktioniert das aber auch so das minimieren wir mal gerade ich zeige euch dann anschließend noch ein paar möglichkeiten zu einstellungen so erst mal hier rein gut wie wir dann ob es funktioniert oder nicht aber da irgendwas fehlt da txt viel okay er macht nichts es funktioniert dennoch das weiß ich so wir sehen hier schon mal die erste veränderung dann sind wir hier die nächste veränderung das ist inventory tweaks so rechts oben seht ihr da ist die minimap funktioniert also auch dann wir hatten hier noch in den toll fix not enough items ist das hier tschuldigung not enough items so genau ich hatte da ja schon mal eine truhe gestellt hier kann man dann sortieren okay er gut da gibt es noch mehr möglichkeiten zum einstellen da will ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen weil es geht ja hauptsächlich darum erst mal die mods installiert zu kriegen so dann ja jetzt wollte ich er ist da gerade noch was aufgegangen weil nämlich noch eine mod mit drauf ist und zwar light lauder das wird auch mit installiert für irgendeine der mods wird das benötigt ich weiß noch nicht wer für welche ich glaube das ist für ein box im web wird das auch benötigt bin ich mir jetzt aber nicht sicher gut nichtsdestotrotz wir wollen ja noch zu den einstellungen hier könnt ihr dann häufige probleme beheben beben zum beispiel catch leeren ford konfiguration entfernen oder minecraft ordner generell bereinigen könnt ihr machen mache ich jetzt nicht funktioniert ja alles einwandfrei so dann habt ihr hier noch weitere einstellungen hier sind hauptsächlich so chat einstellungen da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen die benötigen wir hier für nicht so dann habt ihr hier ja gut short box die kann man noch anzeigen das heißt hier das kann man auch abschalten wenn man das will na gut wird erst geändert wenn man das bestätigt gut dann hier könnt ihr noch einstellen wie viel ram mehr als 8 gb braucht man auch hier wieder nicht und ich empfehle auch hier wieder nicht mehr als die hälfte von dem rahmen zuweisen den ihr zur verfügung habt das heißt wenn ihr nur 4 gb ram habt bitte nur zwei zuweisen wenn ihr 8 gb habt bitte nur 4 gb zuweisen und wie gesagt wenn ihr mehr habt mehr als 8 gb braucht man definitiv nicht mehr nutzt soweit ich weiß dass minecraft auch gar nicht so dann könnt ihr hier noch einstellen minecraft nach einem versionswechsel automatisch starten das ist bei mir so eingestellt es ist glaube ich auch standard so das heißt wenn ich auf version ändern klicke dass dann automatisch startet dann minecraft im vollbild modus starten das könnt ihr auch mal könnte wirklich rein machen wenn das wollte ich denke dass es selbst erklären dann forsch konfiguration nach jedem versionswechsel löschen ich empfehle euch dass das häkchen drin denn falsch falls mal irgendwo was nicht funktioniert und ihr die version wieder ändern das heißt hier die mods wieder ändern wollt und so weiter dann und dann auf version ändern dann wird forsch komplett neu installiert anstatt nur nachgebessert gut dann könnt ihr sound nach jedem wechsel einschalten abschalten wie auch immer ich habe es abgeschaltet ich glaube standardmäßig ist eingeschaltet das heißt wenn ihr auf version ändern klickt habt ihr jedes mal einen sound dann ins trail minimieren das heißt wenn ihr minecraft startet wird der launcher ins trail minimiert das heißt sozusagen in eure tast leiste unten rein oder wie auch immer so dann haben wir hier minecraft ordner dort könnt ihr noch auswählen wo ihr minecraft installieren wollt bzw wo ihr die jeweilige version installieren wollt ich habe das standardmäßig auf h dort sind alle meine games installiert weil ich die windows festplatte also c in erster linie für für das betriebssystem bereithalten will das soll sonst nichts weiter drauf gut okay so viel dann dazu dann haben wir hier noch die sprache wir können ja auch noch die sprachen einstellen dann haben wir hier die designs da kann man hier standard ich glaube ich habe das auf standard oder nein ich habe das nicht auf standard gehabt ich habe das auf klassisch gehabt moment stellen wir es wieder um klassisch da habt ihr das dann so das könnte dann einstellen dann könnt ihr hier noch die hilfe aufrufen dass wenn ihr hilfe braucht okay weiter ja genau das könnte hier die das ist normalerweise standardmäßig an ich hatte das abgeschaltet da könnte dann so ein bisschen durchschauen weil es ihr weitere informationen braucht ein bisschen hilfe braucht oder was auch immer hier wird das alles noch mal kurz erklärt so ich will das aber nicht da mache ich häkchen wieder raus wenn ihr das auch nicht wollt einfach häkchen raus und findet ihr dann hier über die hilfe wieder so dann könnt ihr noch einzelne informationen über das korte tümmel abrufen das okay ich denke mal das sind die die entwickler davon dann hier die lizenzen die einzelnen dass man sehen kann dass die auch vorliegen ich denke mal das hat was mit dem mod zu tun die lizenzen und hier kann man dann auch noch mal gegebenenfalls probleme melden mache ich nicht weil ich habe derzeit keine problemchen so was ihr noch machen könnt ist wenn ihr nur nach einer bestimmten kategorie so wohl erst einmal hier standardmäßig ist da da werden alle mods angezeigt dann könnt ihr hier auswählen welt mods das heißt nur was die welt verändert da kriegt ihr drauf es sind auch so gott okay dann könnt ihr hier wählen grafik und performance dort werden dann auch die shaders und alles angezeigt hier was ich hier noch nicht gesehen habe ist resource packs ich weiß nicht gibt es die hier überhaupt ich glaube nicht mpcs na gut auf jeden fall könnte auch kategorisch suchen dann könnt ihr hier noch zusätzlich wenn ihr ein feedback geben wollte ich empfehle gebt ein feedback ihr helft den leuten damit das ganze hier zu verbessern das heißt wenn es funktioniert klickt auf ja wenn mal eine konfiguration also wenn ihr mords installiert und es funktioniert nicht klickt auch nein dann müssen die vom kraften terminal bescheid hat da funktioniert was nicht da müssen wir noch mal nachschauen so dann könnt ihr für die einzelnen mods auch noch eine bewertung abgeben da könnt ihr hier auf die sternchen klicken habe ich jetzt gemacht hier zum beispiel bei dieser mod und hier gebe ich jetzt auch noch ein sternchen und da gebe ich noch ein sternchen das heißt wenn ihr dann einmal drauf gekickt habt dann könnt ihr danach nicht mehr draufklicken geht dann nicht mehr gut ich denke ich denke ich habe soweit alles erklärt das funktioniert auf jeden fall ich hoffe es hat euch geholfen ich sage bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.